Namaste. Diese Woche wir praktizieren liebevolle Gute. Dazu, wir wollten eine kurze Meditation anbieten. Es ist sehr wichtig das liebevolle Gute zu praktizieren und man merkt es, wenn wir regelmäßig reflektieren an uns selber, auf diese Tügenden und man merkt selber, wie leicht man fühlt oder wie besser man fühlt. Und dazu, wir haben eine kleine Meditation geplant für euch und wir führen die Meditation jetzt. Bitte sitzen Sie ganz entspannt, Ihre Zunge auf dem Gaumen, schönes Lächeln, Atmen Sie tief ein. Ausatmen Bewusstsein auf den ganzen physischen Körper. Und vergeben Sie ein schönes Lächeln, dass Sie total entspannt sind. Sanft, lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Mitte Ihrer Brust, Ihrer Herzchakra. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zu dem hoxgottlichen Sein. Zu meinen Lehrer, meine Heiligen, alle Heiligen, heiligen Engel, heilende Engel. Zu meiner Seele, meine gottliche Selbst. Von meinem ganzen Herzen ich demutig danke für Ihre Schutzführung und Segnung. Für Ihre Segnung mit einem liebevollen, großzügigen Herz. Danke für die Segnung, dass ich in der Lage bin, mit mir eigener Selbst liebevoll umzugehen und auch mit anderen Lebewesen. Danke für die Segnung mit Freude, mit Glückseligkeit, mit Toleranz, mit Mitgefühl. Danke für die Segnung, dass ich in allen Menschen akzeptieren kann, wie Sie sind. Danke in vollem Vertrauen. Danke. Atmen Sie tief ein. Ausatmen Bewusstsein auf den ganzen physischen Körper. Ganz normal atmen. Sanft lenken Sie Ihr Bewusstsein. Auf die Luft, das beruhigt Ihre Nasenspitze. Mit jedem einatmen und ausatmen. Ausatmen. Ganz sanft linken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihre Herzchakra. Mitte Ihrer Brust. Aufmerksamkeit auf die Luft, das beruhigt Ihre Nasenspitze. Aufmerksamkeit auf Ihre Herzchakra. Lächeln Sie auf Ihr Herzchakra. Geben Sie eine schöne Seleitchen. Ausatmen. Ausatmen. Ganz sanft. Lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihre Kronenchakra, zwei Zentimeter über Ihren Kopf, Aufmerksamkeit auf die Luft, das berührt Ihre Nasenspitze, Aufmerksamkeit auf Ihre Kronenchakra. Geben Sie ein schönes Lischen zu Ihrer Kronen. Lenken Sie Ihr Bewusstsein ungefähr 20 Zentimeter über Ihren Kopf, stellen Sie sich vor eine goldene Flamme 20 Zentimeter über Ihren Kopf, Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme, Aufmerksamkeit auf die innere Stille. Ein schönes Lächeln zu der goldene Flamme über Ihren Kopf, Einatmen und Ausatmen, Aufmerksamkeit auf die Luft, das berührt Ihre Nasenspitze, Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme. Sanft, visualieren Sie, Ihr ganzer Körper ist gefüllt mit einem brillantes weißen Licht. Mit jedem Einatmen, Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme, Ihr sind gefüllt mit Liebe, mit Freude, mit Glückseligkeit. Mit jedem Ausatmen, alle unnötigen Gedanken, das kommt raus, vom Ihren Körper raus, mit jedem Ausatmen. Einatmen, liebevolle Energie sind gefüllt mit Ausatmen, alle Hass, reiß raus. Jeder Einatmen, ihr sind gefüllt mit Freude, mit Glückseligkeit und mit Ausatmen, alle negative Gefühle raus vom Ihren Körper. Einatmen, Freude auf alle anderen Menschen. Ausatmen, alle Eger auf andere Menschen aus. Einatmen, die Licht, füllt mit Liebe und Glückseligkeit. Ausatmen, alle Hass, raus vom Ihren Körper. Einatmen, Freude, ausatmen, Ärger raus vom Ihren Körper. Einatmen, Freude ausatmen, Ärger raus vom Ihren Körper. Jeder ganzer Körper ist gefüllt mit Glückseligkeit, mit Freude und mit Frieden. Wir fühlen Sie leicht und mit Freude. Einfach atmen Sie aus, alles, was nicht passt zu Euch, die Verbunden mit den Tügenden. Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme über Ihren Kopf. Aufmerksamkeit auf die ganze physische Körper. Jeder Körper ist gefüllt mit Glückseligkeit, mit Frieden, mit Harmonie. Mental sagen Sie, ich bin gefüllt mit Freude, mit Frieden. Mit Glückseligkeit, mit Frieden, mit Harmonie, mit mein eigener Selbst und mit anderen Lebewesen. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Danke für die innere Kraft, dass ich regelmäßig liebevolle Gute praktizieren kann, mit meinem eigenen Selbst und mit anderen Lebewesen. Danke, dass ich bin. Danke, dass ich bin gesegnet mit Freude, mit Glückseligkeit, mit einem großzügigen Herz, mit sehr viel Geduld, mit meinem eigenen Selbst und mit anderen Lebewesen. Ich habe Freude mit meinem eigenen Erfolg und viel Freude zu sehen Erfolg auf andere Menschen. Danke für die Segnung, danke für die Führung, danke für den Schutz. Atmen Sie tief ein. Ausatmen, ganz der physische Körper bewusst. Ganz normal atmen und wieder die Augen öffnen mit einem schönes Lächeln. So, ich hoffe, die Meditation war okay für euch. Vielen Dank und wir melden bald mit anderen Tügenden. Vielen Dank. Namaste.